und so gleich mit dem thema weiter dead matter immer noch ein sehr großes thema ich habe jetzt einige sachen mit durchgelesen einige meinungen videos angeschaut und ja schwieriges thema ich finde auch generell weiß ich nicht inwieweit man jetzt auf den publisheren rumhacken sollte oder kann oder wie auch immer ich finde nur eins schwierig von dead matter von den von den publishers die kommunikation also gerade hier twitter oder generell was eben veröffentlicht wird ist halt einfach im endeffekt ja die seite ist halt da und deswegen klappt nichts und das was dann geleakt wird oder informationen was sich irgendwo zusammen gereimt werden wie belegt es auch immer ist schwierig deswegen muss man immer vorsichtig sein aber man kann sich immer seine eigene meinung bilden und diese auch kund geben und das werde ich hier in dem video tun und freue mich natürlich auf eure kommentare dafür oder dagegen freue ich mich beidesseits und auf eure meinungen freue ich mich genauso und deswegen mache ich auch die videos ich finde es schwierig oder in dem sinne weil hier die schreiben halt im prinzip ja wir haben euch immer noch nicht vergessen wir arbeiten immer noch an der seite ob als hier die seite des problem ist vermute ich aber ehrlich gesagt nicht dass die seite des problem ist und die seite jetzt quasi im prinzip vor gehalten wird dass es das problem ist aber im endeffekt schwierig und ich sehe deshalb nicht wenn er gibt sie gerüchte ich sage absichtlich gerüchte weil ich nicht belegen kann und will und weil ich das was ich gelesen habe auch wahrscheinlich nur meinungen sind weil dead matter selbst ja nichts dazu sagt und das ist halt auch das wo ein bisschen die das vertrauen zu dem zu dem spielehersteller also zu dem spiele publisher ein bisschen schwindet und das denke ich bin ich stehe ich nicht mehr alleine und mit der anschuldigung eben dass das ganze in scam ist bin ich ja mittlerweile auch nicht mehr alleine und die ganze community ist umgeschwungen von hier toll wir freuen uns acht dauert noch ein bisschen zeit deshalb dauern zu okay was für eine scheiße ziehen ja ich ab ja und ja ich meine meinung nach sehe ich das problem wie der eine was in red red geschrieben hat ich kann den link auf jeden fall die video beschreibung reinschreiben er hat gesagt dass quasi steam für die keys die sie jetzt bereitstellen ihre ihren cut haben wollen als ihr geld haben wollen das auch mit sicherheit so von vornherein so ausgemacht wurde wo dead matter eben gegen leitet wurde und dead matter will jetzt oder kann ich weiß es nicht beides eine gesunde mischung aus beiden wahrscheinlich kann es eben nicht bezahlen also die rede war da eben von dass das steam quasi für den publisher okay hier könnt auf der steam plattform das spiel publishen und ich möchte 30 prozent von den einnahmen ob das jetzt viel wenig fair oder unfaire ist kann man sehen wie man möchte das ist einfach wahrscheinlich der punkt wo steam sagt hey ich biete euch eine riesen playerbase viele leute werden das spiel deswegen kaufen auf steam und ihr habt ein super super basis quasi und dafür will ich einfach das geld macht es oder macht es nicht irgendein anderer publisher irgendein anderer launcher oder auch dann der eigene der war wahrscheinlich kurs kostenlos aber mit sicherheit bringt er nicht so eine gewisse basis mit was team ea origins oder was weiß ich welche publisher eben bieten und das hat steam die größten wahrscheinlich und deswegen sind die publisher von dead matter damals wahrscheinlich auch zu steam gegangen und jetzt zu sagen es liegt irgendwie an steam die rücken die kies nicht raus oder es liegt an der webseite weil die down ist finde ich schon frech also wenn ich wenn mir die 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 wahl gestellt wird glaube ich jetzt dass hier die dead matter publisher in bock gemacht haben oder steam die keys probleme hat dann braucht man wohl mit gesunden menschen verstand nicht lange darüber nachdenken dann finde ich diese sache auch ganz schön offensichtlich so also es ist irgendwie glaube ich demjenigen der das auf reddit so zusammen geforscht hat eben dass es so ist und klar use of key software oder wie sie auch immer heißen dead matter quasi müssten jetzt im prinzip kurz mal wenn man sich mal grob durchrechnet weiß ich nicht 400.000 hinlegen für steam quasi zu sagen hier ich möchte für die die keys haben quasi die wurden ja auch schon bezahlt und die möchte ich jetzt über steam quasi downloaden und das spiel eben haben da kann man sich jetzt hin und her darüber streiten zu sagen okay ich will es jetzt doch nicht machen dann müssen sie halt zu einem anderen publisher gehen oder ich will das jetzt nicht an steam bezahlen aber dann darfst du auch nicht die die leistung von steam erwarten dass du gegen leitet wirst dass die quasi im prinzip schon indirekt werbung für das game machen die riesen player base auf das game aufmerksam wird und nachher zu sagen ich mache es jetzt doch nicht mit steam weil sie vielleicht gemerkt haben durchs crowdfunding durch die natürliche werbung über youtube und live streams und sonst irgendwas haben die jetzt so viel zuwachs noch mal bekommen dass jetzt sagen ja aber jetzt noch steam dafür geld geben dass ich quasi über das team das spiel anbieten kann sehen sie jetzt nicht ein schwierig auf jeden fall also man kann sich so die die rosen die 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 guten sachen rauspicken und wenn es dann ums eingemachte geht sagt man okay ich gehe woanders hin oder ich gehe an der publisher der mit sicherheit ist auch nicht umsonst macht wie auch immer deswegen ist natürlich auch klar dass hier der märte das nicht publiziert die können ja jetzt nicht sagen ja sorry wir wollen die wir jetzt ihren 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 anteil vom kuchen haben das wollen wir aber nicht abgeben und deswegen müssen jetzt die close alpha verschieben bis wir einen anderen publisher oder einen eigenen publisher launcher haben geht es eben jetzt nicht und ich will jetzt hier nicht sagen dass der märter hier total den bullshit gemacht haben es ist halt nur einfach unüberlegt und ja da ist da hätte man sich vielleicht auch schon ein bisschen früher da drüber gedanken machen können aber jetzt von mir aus zu sagen ja der märter hier scheißhaufen keine ahnung letzte firma steht mir gar nicht zu weil ich gar nicht weiß an was die noch alles hätten denken müssen und so und ja da jetzt zu sagen ne ich gebe mal ich will ich will ich finde meine meine käufe auch schwierig ich bin halt auch ein backer seit vielen jahren ich habe vor drei jahren oder so habe ich glaube ich da gebackt oder wann es eben draußen war ich weiß es nicht mehr genau es ist ewig her ich habe das spiel tatsächlich auch schon dann einige zeit aus den augen verloren und jetzt auch erst wieder in die augen bekommen nachdem jetzt endlich dann doch bekannt wurde dass es halt wirklich rauskommen soll oder eben in die closed alpha gehen und ja schwieriges thema schwieriges thema langes video wird es ich hoffe die leute als ihr guckt wirklich an und beurteilt fair weil das ist mir auch immer wichtig ich dass das ich will jetzt nicht sagen der märter scheiße sondern ich gebe halt meine meinung ab wie alles so läuft will vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen licht darüber gehen wie es vermutlich aussieht aber in meinen augen liegt es nicht an der seite also die seite hier die immer offline ist ist nicht das main problem das main problem wird sein dass die jetzt in also was eben der in reddit auch geschrieben hat dass die halt jetzt im prinzip ein problem damit haben dass steam halt sein kuchen auch abhaben möchte und bei wie viel becker sind es wo habe ich es 36.000 becker von dem spiele spielverkaufswert weiß nicht wie die das rechnen 30 prozent könnt ihr euch einmal zusammenrechnen dessen dann sind wir bei 400 bis 500.000 euro schrägstrich dollar das wird mich auch würde ich mich jetzt vielleicht auch in sie in als 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 dead matter publisher sagen okay scheiße erstens haben wir vielleicht gerade im moment das geld nicht oder ich hätte es gern geld gern lieber für mich dann warten jetzt lieber noch ein paar monate und bringt es dann mit eigenem lounge raus ich weiß nicht wie lange sowas dauert oder eben mit dem anderen launcher anbieter der eben günstiger ist nur ob jetzt bei dead matter wenn ihn eigene launcher machen und diese antragen auf das spiel auf den eigenen launcher gemacht wird dann könnt ihr euch auch vorstellen wie das laufen wird weil steam bietet eben das was team halt bieten sehr guten soliden server da kann jeder dass den krampf nachher runter laden und nicht weiß ich nicht noch mal ein tag einrechnen fürs downloaden oder der launcher auch schon wieder zehnmal abschmiert weil eben der andrang so hoch ist dafür will halt steam einfach das geld und deswegen kann ich das irgendwo alles nachvollziehen und finde es aber natürlich einerseits verständlich dass darüber dead matter nicht sprechen möchte eben über so geld geschichten aber auch schwierig wie man hier im leeren gelassen wird weil und dass die leute jetzt pissten im endeffekt kann ich auch irgendwo nachvollstehen nachvollziehen dass die leute ihr geld zurückziehen ich würde es nicht machen weil ich das spiel immer noch genauso spielen möchte und dann wäre es für mich jetzt falsch das spiel zurückzuziehen und dann zu sagen also das geld zurückzuziehen und ja wie auch immer könnte ich wahrscheinlich so oder es steht für mich gar nicht zur debatte weil ich jetzt auch nicht den den spielehersteller so deformieren möchte und sagen möchte oh scheiße spiele ich nie wieder ich will das spiel spielen und ich freue mich immer noch drauf auf das spiel aber ich kann auch die leute verstehen die pissten ob die jetzt backer sind oder ob die das spiel gestern gekauft haben ist kein thema da kann jeder hat die gleiche berechtigung pisst zu sein und natürlich bin ich auch pisst und ich bin auch ich bin auch pisst wie es mit den streamern umgegangen sind auch wenn es nur kleine streamer sind auch wenn es nicht partner sind aber ich bin auch backer seit stunde eins wie viele andere und dann sagen die mir ich möchte werbung für das spiel machen setze mich für das spiel ein und sagen mir hey du darfst es nicht streamen ja auch schwierig für mich ich kann es auch irgendwo verstehen es ist halt immer so ein zwiespalt und deswegen ist mir auch wichtig dass ihr eure meinung jetzt in die kommentare schreibt und ich hoffe ihr könnt irgendwie das nachvollziehen diesen diesen zwiespalt und ja ich hoffe natürlich dass es weitergeht ich persönlich glaube nicht dass es in den nächsten tagen weitergeht es gibt ja meldungen dass jetzt leute schon keys raus haben die keys waren dann wieder falsch weil sie vielleicht auch schon wieder nicht bezahlt sind oder weil die jetzt doch gar nicht mit steam zusammenarbeiten man weiß ja nicht wenn die jetzt mit steam keys rausschicken wollen als über steam dann haben wir jetzt vielleicht mal 1000 rausgeschickt oder ein paar oder wie auch immer wie viele ich weiß nicht aber dafür müssen die auf jeden fall bezahlen also eben die 30 prozent ich bin mal gespannt wie es weitergeht weil ich in meinen augen könnte jetzt nicht sagen ja wir schicken jetzt halt mal welche draußen machen es dann über einen eigenen eigenen launcher also entweder sagen jetzt okay ich wir machen das auf einen eigenen launcher und verschieben es jetzt einfach noch mal so lange es halt dauert aber jetzt über steam keys rauszuschicken oder ein teil rauszuschicken das mal so ein bisschen die meute gebändigt ist kannst du ähnlich machen du kannst dich dann den teil rausschicken dann ist halt der andere teil mad also von dem her schwierig ich bin auf eure meinungen gespannt was kommt gibt natürlich gerne daumen hoch wenn ihr wenn ihr der gleichen meinung seit schreibt eure kommentare eure meinung in die kommentare wenn ihr andere meinung seit oder irgendwas negativ findet geht natürlich auch gern daumen runter schreibt dann auch ebenso in die kommentare was euch eben stört und ja dann sage ich mal vielen dank fürs einschalten bis vielen dank zum dranbleiben und links kommen in die video beschreibung und dann bis zum nächsten mal ciao